Ja, wir nehmen uns aber auch auf, ja? Kannst du uns ja wieder hochnehmen bei YouTube, weil, äh, also ich mein, können wir sprechen? Ähm, ja, wir sitzen hier und, äh, ist doch ganz schön reagiert, wie man sieht. Morgen sind wir leider nicht da, aber morgen wäre wir voll live. Heute ist leider erst nach viel Uhr was los. Aber es ist trotzdem geil, mal sich den Aufbau anzugucken. Ja, so, Ende. Wäre gerade eine gute Freundin von mir. Wir sind hier bei reinem Schlamm, also noch in der Aufbauphase bis hier. Ich dachte nur, wie gerade die Gitarren von der hier gerade war, nehme ich so, ich auch. So, und jetzt nehmen wir die Ente noch aus. Und jetzt macht der Ende, wenn du da weißt. Wenn die Ente auf den Fuß kommt, dann macht der Ende. Mach aus. Mach aus. Mach aus. Mach aus.